ähm ähm AAAAAAAAH Wollte ich gar nicht FACK HA SHIT EGAL jetzt haben wir das gekauft kacke Eier wir brauchen mehr Eier definitiv Willkommen zu Summoner's Rift Nemryo, teilweise schon, ja, teilweise Eier. Isshio, guten Morgen, willkommen zurück. Reden oder nicht? Rümbombs leckt heute mal nicht, wow. Ich habe die Qualität runtergedreht, ihr habt ein bisschen schlechtere Quali, aber solltet dafür keine Lacks haben. Ich kann die Qualität natürlich auch wieder absolut hochdrehen, aber wir haben viele Leute, die zuschauen, die haben keine hohe Leitung und sagen, äh, und meine Leitung glaube ich nicht stabil genug für den Datentransfer der ganzen, äh, 4M wird die ganze Zeit durchgehend, weil wir hängen halt hier über einer Glasfasernetz mit anderen Leuten im Netz und, äh, ja, das ist halt so. Ja, Akali, es geht eigentlich, eigentlich kann ich die, aber, ähm, naja, es gibt Tage, da habe ich einen Gegner, da komme ich gar nicht klar, wenn haben wir auf den Toplane, Nasus, da kann ich ja überhaupt nicht beim Farm abhalten, den Typ, ne, das ist natürlich schon wieder voll kacke. Da habe ich natürlich ein Problem, zumal mit einer Healpot, da bin ich schon total dumm gestartet, das war ein riesen Fehler. Weg, weg, weg. Äh, wievon da ist S-Real Junker, da habe ich auch noch nie hier. Ja, Style Chaos, das stimmt. Der dead, so mit zwei bis vier Leuten ist cool. Ich finde mit einer großen Gruppe ist zu viel. Ich dachte, dass wir Club Gunn ist noch, aber gut, schafft man ja nicht. Du hast bestimmt, ähm, full geskillt, oder? Jo. Na gut, dann brauchen wir keinen, macht keinen. Marci, findest du? Ich finde nicht. Weil er dich irgendwann ab einem bestimmten Level haut, außer ich bin sechs und er hat noch nicht genug Farmen, dann geht das. Noch Bustor, ne? Jo, Otis, Miss, ist noch nichts da. Ich war gespannt, wo die erste Mal, ob wir jetzt den Red Buff gemacht haben, oder nicht. Ja, er ist Blue Buff. Ja, oder sind sie Botlane? Da ist es ein Bestand. Mitte ist Miss. Mitte immer noch Miss. Nein. sind keine Ahnung wo bleibt die Ani denn eh? Ah da ist er, ne erstmal eh Ani wahrscheinlich auch schon an DC Ich bin mal stark an DC Fuck you Das ist ja zuhörig mit der Komm nach oben Los! Nice! Ich kann Mitte Warte, wann? Jetzt! Stop! Oh, das ist das Feigste! Geh weg da! Ja, gut klappt Arzneier Dort steht ein Wort Oh lol, pinke doch mal! Ich bin frei Ihr wisst ja, nicht mit dir ist alles anfangs Ja, sorry, ich habe nicht Ich hatte schon was tot gewesen Der Blitzkrank war noch lebendig und nicht du Nein, wir haben hier Doch, ihr habt das doch schon gesehen, habt ihr Wie noch live denn? Ach, ich habe mein Lifestyle Was? Naja, down Weizen Warten Und du kannst sie nie mister Wir sind weg Ich musst dir erst mal berichten, ich habe keiner Fehl mehr Naja, ich mein bloß. Oh Gott. Wäre super, wenn du mir auch die Geister lassen könntest. Ja, ich kann nicht machen. Wot, wot? 9 Minuten, Ende. Nein! Mach mal kurz bei ihm im Drangle was. Oh, ich glaube nicht. Erstmal, wenn ich so engage und ich bin mein Kugel, dann siehst du drauf. Ah, warte erstmal. Oh mein Gott, ich brauche Energie. Okay. Messie, ich komm nach oben. Perfekt. Exhaust. 20 Sekunden. Ja. Das braucht voll lange, bis ich meine Sprünge wieder habe. Das geht mir voll auf den Zeiger. Geh rauf, rauf, rauf. campaigns. Leute, ich dachte, ich wäre jetzt weg hier unten. Es wäre sowieso Ulti. Kein Problem. War auch mal mit. Mitte ist Mist. Mick möchtest du blau haben? Ja, wär super. Dann kannst du nicht kommen. Ich baue sie nicht mehr. Mitte ist Mist, immer noch. Ja, danke. Du musst da auch versuchen am Busch zu planen. Du, fahr auf dich, Alter. Claudia war dein Fahm hier, ne? Sorry. Was ist das? Hast du wieder kompott? Ja. Achtung, Ezreal ist da. Wir können fighten. Hast du wieder? Wauw! Achtung! Halt! oder bei die kuhn lp vielen dank freut mich momentan habe ich nicht gequatscht ich bin ja hier gerade noch in action die selbst aber das kommt auch mit der zeit noch ein bisschen abgelenkt ja ich hier stimmt abstauben das ist mein feature von der karling die blöde penner hofft dir so schnell den tower weg das ist ja wahnsinn mit der smith mit der fähig sehr aufger Wir haben einen SDR SRA kommt zu euch Also runter Aufpassen Du hast keine Flasch Als Erinn Du hast keine Flasch Mit ihm Das ist Ich verstehe SRA ist wieder runtergegangen SRA ist wieder runtergegangen Ja Hauen wir den Dauer weg Mach dir mal Wenn der oben nicht will Nehmen wir den hier Tipp in zwei Sekunden Ich glaube Ich kann mal wieder mit nach oben Ja haut ab Tschüss Ja SS Es ist Kaliad Ja SRA kommt jetzt gut Ja mit der Stäter Ja Jetzt müsste der bei mir gehören ja Mit der ist immer noch SS Theoretisch Nein Have a fail Flash Ja Ah danke Lord Das ist echt krass Irgendwie das sind voll genug Oder was? Keine Ahnung Und nicht in die Aufgaben Oder was mit denen? Ja hier das hier Was wir gerade machen Ich kann mal was ausprobieren Das ist auch so Ich komme zurück Oh ne Das ist nicht der Scheiße Rapport Ja SS Meter Ja unten Merci Ja den hole ich mir Ich komme mit Ich komme mit Powerdive in den Okay Wie du willst Ich habe den Tower Agro Haha geht nicht Ich habe Tower Agro GG Akali Ja GG Akali 6 Ne Akali 7 7 7 0 1 Ich 4 0 4 GG man 0 0 1 Wenn Nathos da oben war die Afghani halbe Stunde hier gerade Es wird nicht deutsch Es wird nicht deutsch LOL Die hat nämlich nur gesehen Das ist aber schon links unsichtbar Ja Ich hoffe mal Ich habe den Fettler Ich habe den Fettler Ich hoffe mal Äh Kannst du dich oder was? Kannst du dich werden? Kannst du dich werden? Dafür muss er in die Base springen gegen 1000 Magier Resistenz mit Anni gegen 1000 Magier Resistenz mit Anni kann ich nicht schön Hey Ich habe keine Ahnung Ich würde mich gleich zum Rapper fahren Vielleicht durch World of Warcraft oder Sim City oder viele andere Dinge Vielleicht eine Chance Ich will keiner Blue nämlich Ich habe den Fettler Ich habe den Fettler Ich habe den Fettler Okay Ich habe den Fettler Kannst du ihn herunterladen oder willst du ihn? Ich mache ihn schon Ja Ja früher World of Warcraft Private Server WoW M.O.P. Release war ich gestreamt Dann Sim City Ähm Crysis 3 Hitman Alles Alle Games Oh Da geht er weiter Es ist süß Du bist schon ein bisschen leid Jetzt Du bist schon ein bisschen In der Gegend Ich bin ein bisschen Wollt Na viel Was ist das Ich habe den Fettler Ich habe den Fettler In der Gegend Ich habe den Fettler Ich habe den Fettler Ja, doch. Ich tank, Mann, ach? Oh, danke, da. Bot. Bot ist gut. Ja, Messis. Messis. Hier, kannst du Rapper fahren. Hehehehe. 10-0-1, haha, 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 what the fuck? Das ist der Skin einfach, weißt du, Fußballer, gar nicht shit? Das macht Spaß. Der liefert dir da noch extra Porno-Hüter. Das klingt ja. Ich hab mich schon wieder eine rauchung, eigentlich raucht zu viel. Ja, dennoch. Noch mal einen Creepter, pass auf. Los, springen. Und der überhордЕНten hey, wir reden hier, dass die, deine vor За 94-9 oderanes 50. Rep. Rep. Ups. Häah. Ach... Mann ... Das ist voll der Chill-Modus hier. Was ist mit dem Nasus, Alter? Der stimmt auch nicht mehr. Oh!